Die Folge 91 – Vom Umgang mit Konflikten, Teil 1 – Wie Sie Konflikte erkennen und Eskalation vermeiden Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer Guten Tag und herzlich Willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Was genau ist eigentlich ein Konflikt? Nun, ein Konflikt zwischen zwei Menschen, der liegt dann vor, wenn die Interessen, Ziele oder Wertvorstellungen miteinander unvereinbar sind oder unvereinbar erscheinen. Und trotzdem müssen die beiden Personen miteinander agieren, also zusammen leben, zusammen arbeiten, was auch immer. Ich gebe Ihnen ein typisches Beispiel aus dem Unternehmensumfeld. Häufig gibt es einen Zielkonflikt zwischen der Produktion und dem Vertrieb. Der Produktionsleiter ist vom Geschäftsführer angehalten, möglichst wenig auf Halde zu produzieren. Also, was macht er? Er versucht die Lagerbestände so gering wie möglich zu halten. Es wird prinzipiell nur produziert, was an Aufträgen im Haus ist. Absolut verständlich. Der Vertriebsleiter hingegen, der hätte schon gerne Lagerbestände und möglichst hohe Lagerbestände. Er hätte schon gerne die Produkte auf Lager, für die es auch noch keine Aufträge im Haus gibt. Denn nur so kann er ja seinen Kunden eine wirklich rasche Lieferung garantieren. Das ist ein klarer Konfliktfall. Es sind sich gegenseitig widersprechende Ziele der einzelnen Personen. Nun verliert der Vertriebsleiter einen wichtigen Großauftrag. Der Kunde sagt ihm, es täte ihm wirklich sehr leid. Früher hat man ja wirklich gut zusammengearbeitet und er hätte ihm auch wirklich gerne den Auftrag gegeben. Aber weil der Vertriebsleiter leider eine sofortige Lieferung nicht garantieren konnte, ging der Auftrag halt an den Wettbewerb. Ja, das ärgert verständlicherweise den Vertriebsleiter. Aus der Sicht des Vertriebs hat der Produktionsleiter das Problem verursacht. Denn der hat ja die Lagerbestände runtergefahren. Das hat dazu geführt, dass der Vertriebsleiter die Lieferung an den Kunden nicht in der Schnelligkeit zusagen konnte, wie der Kunde das wünschte. Und ja, dadurch hat der Vertriebsleiter den Auftrag nicht bekommen. Die Frage ist jetzt, wie verhält sich der Vertriebsleiter gegenüber dem Produktionsleiter? Wie gesagt, stellen Sie sich die Situation vor, der Vertriebsleiter ist stinksauer. Der langjährige Kunde hat den großen Auftrag beim Wettbewerb platziert. Bloß wegen dem blöden Produktionsleiter. Wutschnaubend geht jetzt der Vertriebsleiter kurzerhand runter in die Produktion und stellt den Produktionsleiter vor seiner Mannschaft mal richtig zur Rede. Wegen euch haben wir den Großauftrag verloren. Unsere Produktion, die kriegt ja gar nichts hin. Der Wettbewerb kann doch auch direkt liefern. Warum ist das denn für unsere Produktion nicht möglich? Warum ist unsere Produktion die lahmarschigste von allen? Das kann doch gar nicht sein. Sie können sich vorstellen, was hier passiert. Der Produktionsleiter lässt sich das verständlicherweise nicht bieten und schon gar nicht vor seiner Mannschaft. Und natürlich raunzt der zurück. Nee, ist klar, der Vertrieb macht seine Aufgaben nicht und wir sollen es dann gewesen sein. Das ist ja mal wieder typisch. Statt immer nur mit den Kunden lecker essen zu gehen, solltet ihr mal besser Umsatz mit den Kunden machen. Und so weiter und so weiter. Der Konflikt eskaliert. Sie können sich sicher gut vorstellen, wie das weitergeht. Gehen wir nochmal aber an den Anfang zurück. Bei jedem Konflikt ist es wichtig, erst mal drei Ebenen zu unterscheiden. Die erste Ebene. Das ist der Auslöser des Konflikts. Und ich meine hier nicht die Situation, sondern die dahinterliegenden verschiedenen Interessen, Ziele und Wertvorstellungen. In unserem Fall sind es hier die unterschiedlichen Ziele der beiden Personen, also Vertriebsleiter und Produktionsleiter, hinsichtlich der Lagerbestände. Die zweite Ebene, das sind die Gefühle. Die Gefühle sind eine Reaktion auf den Konflikt beziehungsweise auf die durch den Konflikt entstehende Situation. Also die Gefühle in unserem Fall sind der Frust und der Wut des Vertriebsleiters wegen des verlorenen Auftrags. Und in der dritten Ebene, nun das ist das daraus folgende Verhalten, also hier das aggressive Verhalten des Vertriebsleiters gegenüber der Produktion. Die erste Ebene, also die Interessen, Ziele und Wertvorstellungen, die lassen sich manchmal anpassen, vielleicht mittel- oder langfristig sogar verändern, zusammenführen, manchmal aber auch nicht. Manchmal lässt sich ein Zielkonflikt lösen, manchmal geht es nicht. Da bleibt er bestehen. Auch auf der zweiten Ebene, nämlich dem Gefühl, das aus dem Zielkonflikt entsteht oder der Situation. Auch das lässt sich meist nicht so einfach abstellen. Die Gefühle, die kommen. Man kann sie nicht unbedingt unterdrücken. Oder wenn man das tut, ist es nicht unbedingt sinnvoll. Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Aber was ich als Person immer beeinflussen kann, das ist die dritte Ebene. Das ist die Reaktion. Mein Verhalten auf den Zielkonflikt, und mein Verhalten auf meine Gefühle. Ich entscheide, wie ich mit meinen Gefühlen umgehe. Ob ich ihn freien Lauf lasse oder ob ich mich zurückhalte. Meist basiert der Konflikt auf einem Interessensgegensatz, also den gegensätzlichen Zielen, wie in einem angeführten Beispiel. Manchmal lässt sich der Zielkonflikt durch ein Gespräch lösen. Es kann aber auch sein, dass er bestehen bleibt. Aber beide Parteien können zumindest entscheiden, wie sie auf den Zielkonflikt reagieren. Sie können ihre Gefühle und ihr Verhalten dem anderen gegenüber verändern. Die Gefühle mittel- oder langfristig und vor allem das Verhalten dem anderen gegenüber. Interessanterweise ist aber manchmal ein Konflikt gar kein wirklicher Konflikt. Es sieht nur so aus. Denn tatsächlich gibt es eigentlich gar keinen Interessensgegensatz. Die erste Ebene fehlt eigentlich. Man vermutet nur, dass es einen Interessensgegensatz gibt. Es handelt sich dann gar nicht um einen Konflikt, sondern lediglich um ein Missverständnis. Ein Missverständnis aufgrund fehlender, aufgrund falscher oder falsch verstandener Informationen. Deswegen ist es so wichtig, erst mal Klarheit zu bekommen. Klarheit darüber, um was es überhaupt geht und ob denn überhaupt ein Konflikt vorliegt oder nicht. In unserem Fall könnte es zum Beispiel so sein, dass die Geschäftsführung die Vorgabe gemacht hat, die Lagebestände so gering wie möglich zu halten. Daran will sich der Produktionsleiter halten. Aber die Geschäftsführung hat nicht die Vorgabe gemacht, nur Produkte zu produzieren, für die es einen Auftrag gibt. Diese Entscheidung hat der Produktionsleiter selbst getroffen. Wenn das der Vertriebsleiter weiß, dann kann er ja versuchen, einen Kompromiss mit dem Produktionsleiter auszuhandeln. Es wird dann bestimmte Produkte geben, da weiß der Vertriebsleiter, dass er die immer verkauft bekommt. Sich solche Produkte auch ohne Auftrag aufs Lager zu legen, das ist kein großes Risiko für den Produktionsleiter, da er ja die Gewissheit hat, dass die Lagerumschlagshäufigkeit sehr hoch ist. Das wird ihm ja vom Vertriebsleiter zugesagt. Das heißt, der Produktionsleiter erreicht sein Ziel, nämlich möglichst geringe Lagerbestände, und der Vertriebsleiter erreicht es, nämlich die Aufträge zu bekommen, und die Geschäftsführung dürfte auch zufrieden sein. Wenn sich Vertrieb und Produktion also auf diese Produkte einigen können, dann gibt es keinen Zielkonflikt mehr, oder zumindest ist der Zielkonflikt stark reduziert, es ist also ein Kompromiss. Aber das funktioniert nur, wenn sich beide Seiten offen miteinander unterhalten, sich austauschen und versuchen, den anderen zu verstehen, die Sicht und Zwänge des anderen zu verstehen. Je früher Sie einen Konflikt oder einen vermeintlichen Konflikt erkennen und ansprechen, desto besser. Im Gespräch kann sich ein vermeintlicher Konflikt auch häufig als Missverständnis herausstellen. Tatsächlich gibt es gar keine unterschiedlichen Ziele. Wer hingegen der Aussprache aus dem Weg geht, der sorgt dafür, dass der Konflikt oder der vermeintliche Konflikt unterschwellig weiter wächst und eskaliert. In diesem Beispiel können Sie übrigens auch sehr schön erkennen, wie wichtig es ist, Ziele sauber zu formulieren. Das Ziel, das die Geschäftsführung hier gesagt hatte, war einfach nur, möglichst wenig auf Halde zu produzieren. Das ist kein messbares Ziel. Hätte man es messbar gemacht, dann hätte man, wäre man wahrscheinlich sehr schnell auch in die Diskussion gekommen, weil man dann sagt, gut, ich kann das Ganze runterfahren. Ist das wirklich zielführend? Ist das wirklich sinnvoll? Und dann wäre man vielleicht schon viel früher auf die Lösung gekommen, Produkte, auch ohne dass ein Auftrag da ist, zu produzieren, einfach weil man weiß, die werden in jedem Fall häufig verkauft. Also ist die Lagerumschlagshäufigkeit groß genug. Im Endeffekt geht es immer darum, möglichst zu erkennen, ob es einen Zielkonflikt gibt. Das kriege ich nur hin, wenn ich mit dem anderen spreche. und dadurch Eskalation zu vermeiden. Dazu muss ich mich aber aufraffen, mit dem anderen sprechen und wirklich versuchen, ihn zu verstehen. Ich muss mich in seine Situation hineinversetzen. Nächste Woche geht es weiter mit dem Umgang mit Konflikten. Dort werde ich Ihnen sieben Tipps geben, wie man Konflikte entschärft. Das war es mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes finden Sie wie immer unter www.mehr-führen.de schrägstrich podcast91 Übrigens, falls Sie meinen monatlichen Newsletter noch nicht kennen sollten, da gebe ich Ihnen regelmäßig gute Tipps rund um das Thema Führung. Wichtige Ankündigungen, zum Beispiel zu Veranstaltungen oder interessanten Videos oder Webinaren, verteile ich immer als erstes über den Newsletter. Also tragen Sie sich dort ein. Wie das geht? Ganz einfach. Gehen Sie auf meine Webseite www.mehr-führen.de Auf der rechten Seite finden Sie ein Feld, in das Sie Ihre E-Mail eintragen und bestätigen können. Das war es. Sobald Sie das gemacht haben, erhalten Sie monatlich den Newsletter und noch einige wertvolle Gratis-Dinge von mir, beispielsweise mein Ratgeber mehr führen, weniger managen, sieben hilfreiche Tipps zur Unternehmens- und Mitarbeiterführung. Und zwar zum Lesen wie auch zum Hören. Ja, genau. Das ist also auch noch ein gratis Hörbuch für Sie. So, zum Schluss wieder das inspirierende Zitat, heute von Helmut Glasel. Konflikte sind nur lösbar, wenn Gefühl und Verstand in Einklang gebracht werden. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017